Freiberg ist immer eine Reise wert zu jeder Jahreszeit und der Herbst bekommt gleich ein eigenes Fest. Am 9. Oktober öffnen die Innenstadthändler von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte und warten mit bunten Aktionen auf. Bei einer Domviertelrallye lässt sich der Stadtteil mal ganz anders erkunden und dabei kann man noch gewinnen. Beste Unterhaltung auf der Bühne am Untermarkt lädt zum Verweilen ein. 16 Uhr wird Oberbürgermeister Sven Krüger ein Bockbierfass anstechen, präsentiert vom Freiberger Brauhaus. Davor und danach erklingt Musik, Vereine und Gruppen präsentieren sich. Es gibt Mitmachaktionen für die Kleinen, eine Automesse der Freiberger Autohändler als Alternative für die Großen. Die Silberstadt Freiberg erwartet Sie zum Herbstfest am 9. Oktober von 13 bis 18 Uhr.